Daniel Benke hat einen Goldstandardartikel geschrieben, in dem es um Spiele als OER geht. Bei Spielen denkt man vielleicht nicht sofort ans Lernen, aber wir alle haben schon bei Spielen sehr viel gelernt. Einige Spiele werden speziell fürs Lernen entwickelt, dann haben sie eine Geschichte, man hat Herausforderungen, die man meistern muss, man bekommt Punkte und so dem Ziel Stück für Stück etwas näher. Und so ist das Gelernte häufig nachhaltiger, weil es auch so in ein Erlebnis eingepackt ist. Spiele sind multimedial. Es gibt ganz verschiedene Arten und Formen von Spielen und da ist es auch eine ganz besonders gute Idee, diese frei lizenzieren und als OER bereitzustellen. Das ideale Spiel als OER, das gibt es eigentlich gar nicht. Spiele sollen und dürfen sehr vielfältig sein, verschiedene Mechanismen beinhalten. Das geht fürs Digitale, es geht aber auch fürs Analoge. Und genau deswegen ist es besonders wertvoll, wenn die frei lizenziert sind, dann können diese einzelnen Spiele, Prinzipien oder einzelne Bestandteile auch weiterverwendet werden für ganz andere Themen. Zu Spielen gehören nicht nur diese einzelnen Bestandteile und einzelne Materialien. Man muss auch daran denken, dass es dazu eine Anleitung braucht, einen Spielaufbau und vielleicht auch eine Hinführung, die einen in dieses Thema einführt. Zu Spielen gehören nicht nur die einzelnen Materialien, mit denen man spielt, sondern es gehören auch Anleitungen dazu, es gehören Spielaufbau dazu und es gehören Spielhinführungen zu uns, Geschichte, Storytelling. Bei Spielen sind meist mehrere Personen beteiligt und deswegen ist es dann auch nur fair, diese einzeln zu benennen und auch zu sagen, welche Rolle sie in dem Spiel hatten. Mehr Informationen und vor allem auch praktische Hinweise, wie und mit welchen Werkzeugen man Spiele entwickeln kann als OER, findet ihr im Goldstandardartikel auf oerinfo.